Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal wieder 5 Booster Star Wars Force Attack aufmachen. So, und fangen wir gleich an mit Booster Nummer 1. So, da haben wir jetzt allererst das 77 Clonedocus Solarsegler. So, 2. ist 81, Kampfschiff der Handelsföderation. So, dann haben wir 94, Seripas. Dann haben wir 71, Lamazu. Und wir haben 137, eine Star-Karte. Andy Galia. Dann machen wir Pack Nummer 2 auf. Der Booster. So, da haben wir Karte Nummer 19. C3PO. Wir haben 22, Asi 3. Den hatten wir, den habe ich schon mal gehabt. So, dann haben wir Karte Nummer 96, Garnack. Den habe ich auch schon gehabt. Und wir haben Karte Nummer 49, Rettungskapsel der Republik. Und wir haben Karte Nummer 27, Admiral Wolf. Ja, Jularen. Keine besondere Karte. Keine besondere Karte, also ein Basepack. Naja, gut. Machen wir Booster Nummer 3 auf. Und wir haben 83. Karte Nummer 40, Starb. Den habe ich noch nicht. Das weiß ich. Karte Nummer 15, Tip Lee. Habe ich auch noch nicht. Und wir haben Karte Nummer 44, Republikanisches Angriffskreuzer. Den habe ich, glaube ich, auch schon. So. Und wir haben, was? Wie heißt der? Kurushkat-Kleiter oder so ähnlich. Karte Nummer 53. Und wir haben eine Star-Karte. Cat Bane. So. Machen wir Booster Nummer 4 auf. Weiter geht's mit 86. Dars, Watch, Fucker-Soldat. Dann Angriffsschiff der Republik. Karte Nummer 50. Sollte ich meinen, habe ich noch nicht. Und wir haben Karte Nummer 90, Broschk. Den habe ich. Das weiß ich. Wir haben Karte Nummer 105. Ein Puzzleteil. Und wir haben Karte Nummer 87. Zitong-Mung. Zitong-Mung. Den habe ich auch schon. Wieder ein Base-Pick. Hm. Gut, machen wir fünfte und letzte Booster auf. So. Karte Nummer 65. Rift-Themsen. Wir haben Karte Nummer 39. Klonkrieger. Und wir haben Karte Nummer 48. Republikanisches Medizinzentrum. Habe ich auch schon. Und wir haben Karte Nummer 56. Ja. Lest selbst. Wie das Teil heißt. Irgendein Raumschiff. Und wir haben einen Forstmeister. 175. Asan Venteris. Aber ich sollte meinen, die habe ich auch schon als Forstmeister. Gut. Drei besondere Karten drin noch. Naja. War nicht so berauschend. Aber besser als gar nichts. Okay. Das war dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.